Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir werden heute ein Gesetz beschließen, auf das viele Menschen in Deutschland lange gewartet haben. Es geht um die längst überfällige Einführung der Grundrente. Die Grundrente ist das zentrale sozialpolitische Reformprojekt dieser Bundesregierung. 1,3 Millionen Menschen werden von ihr profitieren. Aber gleichzeitig sage ich, es geht um mehr. Es geht um eine Richtungsentscheidung für unser Land. Es geht gerade in diesen Corona-Zeiten um die Frage, ob wir einfach zur Tagesordnung übergehen oder ob wir diese Krise als Chance begreifen, unser Land besser und gerechter zu machen, meine Damen und Herren. Es geht um den Wert der Arbeit, um die Anerkennung und den Respekt für tägliche Leistungen. Es geht auch um den Platz in der sozialen Mitte unserer Gesellschaft. Auf den haben alle Menschen Anspruch in diesem Land, die hart arbeiten, die Kinder erziehen, die Angehörige pflegen. Aber, Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Nach wie vor erleben leider viel zu viele Menschen mit geringen Löhnen, dass sie nicht Teil der sozialen Mitte sind, dass die soziale Mitte für sie nicht in Reichweite ist, so sehr sie sich auch abrackern, anstrengen und hart arbeiten. Und das spüren auch viele Menschen in der Alterssicherung, in der Rente. Wenn wir offen und ehrlich darüber reden, hier ist gesellschaftliches Vertrauen verloren gegangen in den vergangenen Jahren. Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft, Vertrauen in die Altersvorsorge und offen auch in unser politisches Gemeinwesen. Wir müssen deshalb dieses Vertrauen erneuern. Wir müssen hinschauen und handeln. Und die Einführung der Grundrente macht eines deutlich. Arbeit in unserer Gesellschaft, meine Damen und Herren, macht einen Unterschied. Und das gilt auch für die Alterssicherung. Denn gerade die Corona-Krise macht den Handlungsbedarf wie in einem Brennglas ja sehr deutlich. Das sind letztlich dann doch die Menschen, die den Laden am Laufen halten, als Kassiererinnen, als Lagerarbeiter, als Altenpflegehelferinnen, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen, im öffentlichen Bewusstsein sind. Viele von ihnen bekommen Anerkennung, bekommen Schulterklopfen, Pralinen, Blumen. Sie werden als Heldinnen und Helden des Alltags gefeiert. Das, meine Damen und Herren, ist nett gemeint, ändert aber nichts daran, dass diese Menschen am Ende des Monats und im Ruhestand zu wenig rausbekommen. Und deshalb sage ich, es geht um Anerkennung, gar keine Frage. Aber es ist nicht bei warmen Worten zu belassen. Diese Menschen brauchen in harter Währung mehr Geld in der Tasche, und zwar in Löhnen und im Alter. Es geht nicht nur um Anerkennung und schon gar nicht allein um Pralinen. Es geht im Kern um Leistungsgerechtigkeit, meine Damen und Herren. Und es ist auch eine Frage des Anstandes. Denn ohne diese Menschen, von denen ich gerade gesprochen habe, und viele andere auch, würde unser Land nicht funktionieren. Es geht aber auch um Verlässlichkeit, um die Verlässlichkeit dieser Großen Koalition. Wir haben lange gerungen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist doch kein Geheimnis. Aber ich finde, es ist richtig gut, dass diese Regierung gerade in diesen Zeiten beweist, dass man zu guten Lösungen gemeinschaftlich auch in der Lage ist. Zu ringen um die beste Lösung mit unterschiedlichen Positionen, ist keine Schande. Aber nicht zu Ergebnissen zu kommen, das wäre eine Schande gewesen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber es ist letztendlich auch eine Frage in dieser Zeit der wirtschaftlichen Vernunft. Denn wir stärken die Kaufkraft der Menschen an dieser Stelle. Und die Rede ist vor allen Dingen von Frauen, die in diesem Land von der Grundrente profitieren würden. 70 Prozent und mehr werden Frauen profitieren. Und ich rede von Frauen wie beispielsweise von Susanne Holdkotte. Susanne Holdkotte arbeitet in Bochum. Sie steht mitten im Leben, auch im Berufsleben. Sie ist Reinigungskraft in einem Krankenhaus im Ruhrgebiet. Das ist ein Knochenjob, aber er ist, wie man heute sagt, systemrelevant, weil sonst Hygiene in Krankenhäusern nicht zu gewährleisten wäre. Susanne Holdkotte verdient den Mindestlohn im Gebäudereinigerhandwerk. Das ist nicht viel Geld. Sie arbeitet jeden Tag und kann das nicht aus dem Homeoffice tun. Sie hat nach derzeitiger Rechtslage, in 18 Jahren geht sie in Rente, einen Rentenbezug von nur 760 Euro. Meine Damen und Herren, mit der Grundrente könnte sie, wenn sie ihr Berufsleben so fortsetzt, immerhin mal 1.030 Euro bekommen. Das ist auch noch kein Reichtum. Aber für Susanne Holdkotte macht das einen Unterschied. Und deshalb ist es ein guter Tag für Menschen, die hart arbeiten in diesem Land. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Susanne Holdkotte ist heute hier. Sie sitzt da oben auf der Bank. Ich möchte ihr mal herzlich Danke sagen für die Arbeit, die sie macht. Sie können das heute auch mal live machen für Menschen, die im Alltag ihren Mann und ihre Frau stehen, systemrelevant sind, zu applaudieren. Und Susanne Holdkotte, meine Damen und Herren, hat sich eingesetzt für die Grundrente. Dafür bin ich ihr auch dankbar. Und zwar nicht nur für sich selbst, sondern für Ihre Kolleginnen und Kollegen. Liebe Susanne, ganz herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das wollte ich an dieser Stelle auch noch mal loswerden. Meine Damen und Herren, wir sorgen mit der Grundrente dafür, dass 1,3 Millionen Menschen davon profitieren. Es geht um einen Zuschlag auf die Rente für diejenigen, die hart gearbeitet haben, und zwar ohne Anträge. Es wird ja viel über Bürokratie gesprochen in diesem Zusammenhang. Dass wir die Bürgerinnen und Bürger durch einen automatischen Abklaus zwischen Rentenversicherung und Steuerverwaltung letztendlich von Bürokratie frei halten, dass wir sie nicht mit Anträgen belasten, das ist für mich ein moderner Sozialstaat, meine Damen und Herren. Es geht nämlich nicht darum, irgendwelches Almosen zu verteilen. Die Menschen haben sich das erworben. Es geht um eine Grundrente und nicht an diesem Punkt um einen Almosen. Deshalb ist das der richtige Weg, dass wir das automatisch machen. Präsident, meine Damen und Herren, mit der Grundrente erneuern wir ein Kernversprechen unseres Sozialstaats. Wer sein Leben lang gearbeitet hat, ist auch im Alter abgesichert. Und er gehört, und Sie gehören zur sozialen Mitte unserer Gesellschaft. Darum muss es gehen. Ich bitte Sie also heute um Zustimmung für die Einführung der Grundrente in Deutschland. Herzlichen Dank. Soweit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Damit ist dann die Aussprache eröffnet über die Grundrente, wie sie hier umgesetzt werden soll. Es gibt insgesamt acht Änderungsanträge von der Linksfraktionen. Also wird es hier wohl eine farbenreiche Aussprache geben. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kollegen, verehrte Bürger. Zur ersten Lesung hörten wir noch vom Kollegen Brinkhaus aus der CDU-CSU-Fraktion, dass es keine zweite und dritte Lesung dieses Gesetzes geben wird, wenn die Grundrente nicht solide gegenfinanziert wird. Nun, diese Aussage hielt nicht besonders lange, und das, obwohl sich an dem Gesetzentwurf nicht das Geringste geändert hat. Mit anderen Worten, die CDU-CSU-Fraktion lässt sich wieder einmal von der SPD vorführen und verrät wieder einmal ihre Prinzipien, oder vielleicht sollte man sagen, ehemaligen Prinzipien. Herzlichen Glückwunsch im Übrigen an die CDU zum 75. Geburtstag. Man sollte meinen, mit so einem Alter hat man genügend Erfahrungen gesammelt, um sich gegen einen hyperaktiven Koalitionspartner durchzusetzen. Aber dem ist wohl nicht so. Wir haben ja hier an dieser Stelle schon häufig über die Grundrente debattiert. Ich könnte nun wieder die Gründe anführen, warum wir die Grundrente für grundlegend falsch halten, warum wir dieses Konzept für zu teuer und vor allem für ungerecht halten, warum wir es für verheerend halten, das Äquivalenzprinzip so dermaßen aufzuweichen, dass es also für eine bestimmte Leistung eine bestimmte Gegenleistung gibt, warum es falsch ist, die Rentenversicherung mit bürokratischen Aufgaben zu überlasten, um auf die denkbar komplizierteste und teuerste Art und Weise Geld zu verteilen, von dem am Ende doch so wenig Menschen profitieren. Das alles möchte ich mir heute einmal sparen, denn alles, was zu diesem Thema gesagt werden konnte, wurde bereits gesagt. Von den zahlreichen Sachverständigen in der öffentlichen Anhörung, von der Rentenversicherung und sogar von den eigenen Abgeordneten der Großen Koalition, wie wir heute wissen, vergeblich. Stattdessen möchte ich heute lieber etwas zur Berechnung dieser Grundrente sagen. Mit Erlaubnis des Präsidenten möchte ich aus dem neuen § 76g SGB VI zitieren, bei dem es um die Berechnung der Grundrente geht. Zitat beginnt. Der Zuschlag an Entgeltpunkten wird ermittelt aus dem Durchschnittswert an Entgeltpunkten aus allen Kalendermonaten mit Grundrentenbewertungszeiten und umfasst zunächst diesen Durchschnittswert. Übersteigt das Zweifache dieses Durchschnittswertes den jeweiligen maßgeblichen Höchstwert an Entgeltpunkten nach den Sätzen 3 bis 5, wird der Zuschlag aus dem Differenzbetrag zwischen dem jeweiligen Höchstwert und dem Durchschnittswert nach Satz 1 ermittelt. Der Höchstwert beträgt 0,0334 Entgeltpunkte, wenn 33 Jahre mit Grundrentenzeiten vorliegen. Liegen mehr als 33, aber weniger als 35 Jahre mit Grundrentenzeiten vor, wird der Höchstwert nach Satz 1 je zusätzlichen Kalendermonat mit Grundrentenzeiten um 0,001389 Entgeltpunkte erhöht. Das Ergebnis ist auf vier Dezimalstellen zu runden. Liegen mindestens 35 Jahre mit Grundrentenzeiten vor, beträgt der Höchstwert 0,0667 Entgeltpunkte. Die Berechnung der Höhe des Zuschlages an Entgeltpunkten wird der nach den Sätzen 1 bis 5 ermittelte Entgeltpunktwert mit dem Faktor 0,875 und anschließend mit der Anzahl der Kalendermonate mit Grundrentenbewertungszeiten höchstens jedoch mit 420 Kalendermonaten vervielfältigt. Zitat Ende. Ist das noch für irgendjemanden nachvollziehbar? Für Sie schon? Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Der Rentenbescheid an sich ist ja schon nicht einfach zu verstehen. Hier leisten die Versicherten, Ältesten und Rentenberatner sehr gute Hilfe für die Rentner. Aber diese Berechnung der Grundrente können selbst diese Rentenberater nicht mehr nachvollziehen. Die Grundrente wird durchschnittlich 75 Euro im Monat betragen. Wenn der Ehepartner ein ausreichendes Einkommen hat, erfolgt eine Einkommensanrechnung, und es gibt nicht einmal diese 75 Euro. Was werden denn Bezieher der Grundrente denn nun sagen, wenn sie einen Rentenbescheid mit so einem geringen Zahlbetrag erhalten? Minister Heil hatte Ihnen noch 200 Euro versprochen, in einigen Reden 400 Euro, heute 300 Euro. Werden sie ihre Grundrente akzeptieren, nachvollziehen, können sie die Berechnung ja nicht mehr. Sie werden sich ungerecht behandelt fühlen und klagen. Genau wie die Rentner, die keinen Anspruch auf Grundrente haben. Oder die Ehepaare, bei denen eine Einkommensanrechnung stattfindet, im Gegensatz zu Lebensgemeinschaften, bei denen dies nicht so ist. Oder Rentner, die nicht wollen, dass ein automatischer Einkommensabgleich beim Finanzamt vorgenommen wird und die auf die Einhaltung des Datenschutzes pochen. Sie können sich nicht dagegen wehren, sie können sich der Grundrente nicht verweigern. Es wird bei den Rentnern sehr viele Enttäuschungen geben, denn der Name Grundrente impliziert ja, dass jeder diese Rente bekommt. Dem ist aber nicht so. Meine Damen und Herren, ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir heute über ein Gesetz sprechen, das die Lebensumstände für die vielen bedürftigen Rentner wirklich verbessert. Viele Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, obwohl sie ein Leben lang gearbeitet haben, haben darauf gehofft. Das Konzept der Grundrente ist zu teuer, sozial ungerecht, wirkungslos und belastet die Folgegeneration. Die Finanzierung des Ganzen ist völlig offen. Die Umsetzung ist ein Desaster, auch ohne Corona. Kein Wunder, dass sich die Kollegen aus der CDU CSU mit Händen und Füßen dagegen gewehrt haben. Allein die Führung hat anders entschieden. Wie wir in armutlebenden Rentnern zielgenau und effizient helfen können, das haben wir als AfD-Fraktion bereits im Februar 2019 mit einem Antrag gezeigt. Eine Freibetragslösung in der Grundsicherung im Alter kommt bei den Bedürftigen an und setzt die Rentenversicherung auch nicht so dermaßen unter Druck. Sie, Minister Heil, haben unseren Vorschlag sogar mit in das Grundrentengesetz aufgenommen, aber die große Hürde 35 Jahre Versicherungszeiten eingebaut. Warum lassen Sie diese Unterstützung nicht allen bedürftigen Rentnern zugutekommen? Das wäre eine Maßnahme, die die Altersarmut gezielt bekämpft. Aber leider zählen für Sie nur Rentner, die 33 bzw. 35 Jahre gearbeitet haben. Alle anderen, auch die Erwerbs- und Fähigkeitsrentner, bleiben außen vor. Nicht alle Abgeordneten der CDU CSU-Fraktion sind begeistert von der Grundrente. Die Mittelstandsunion verabschiedete dazu ein Papier, in dem zu lesen war, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, diese Grundrente schafft Ungerechtigkeiten, sie ist nicht zielgerichtet nur für Bedürftige, sie ist nicht solide finanziert, sie belastet mitten in der größten Wirtschaftskrise Steuer- und Beitragszahler und wird auch nachfolgende Generationen unnötig belasten. Zitat Ende. Dieser Einschätzung kann ich mich hundertprozentig anschließen. Es ist nur schade, dass diese Abgeordneten innerhalb ihrer Fraktion eine Minderheit darstellen. Vielen Dank. Ulrike Schilke-Ziesing hat es angesprochen, dass es ja auch aus der Union sehr kritische Stimmen gibt. Die namentliche Abstimmung um 12.57 Uhr schließen, also die Hälfte der Zeit ist jetzt gleich vorbei. Die Bundestagsvizepräsident spricht hier nochmal an, dass es ja noch eine namentliche Abstimmung der AfD gibt, über die die Abgeordneten in der Westlobby abstimmen können. Jetzt kommt ein Vertreter von der Unionsfraktion, Hermann Gröher, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende an. Herr Präsident, Herr Minister, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Grundrente kommt und das ist eine gute Nachricht für dieses Land. Und das ist nicht nur eine gute Nachricht für die 1,3 Millionen Menschen, die mittelfristig in diese Förderung zusätzliche Unterstützung, berechtigte Aufwertung ihrer Rente kommen, sondern das ist eine gute Nachricht für diesen Sozialstaat insgesamt und damit für dieses Land. Ja, es ist eine spürbare Aufwertung. Wenn Menschen in Zukunft im Durchschnitt 900 bis 1.000 Euro im Jahr mehr haben, Menschen, die jeden Cent umdrehen müssen, dann ist dies wahrlich eine spürbare Unterstützung. Und wenn Menschen, Robertus Heil hat Beispiele genannt, wenn Menschen, die in einem Blumengeschäft, die in einem Friseursalon, und häufig sind es Frauen, arbeiten für weniger als die Hälfte des Durchschnittsverdienstes und dann eine Rente bisher haben von gut 500 und in Zukunft von gut 900, dann sind dies fast 5.000 Euro mehr im Jahr. Und die haben diese Menschen wahrlich verdient, meine Damen, meine Herren. Ja, wir haben darum gerungen. Übrigens nicht erst in dieser Legislaturperiode, übrigens nicht nur in dieser Koalition, sondern schon länger. Weil es ja in der Tat um das Zusammenführen unterschiedlicher Prinzipien geht. Es geht um Leistungsgerechtigkeit und Bedarfsgerechtigkeit klug zusammenzubringen. Ja, es ist wichtig, und darauf legen wir auch als Union Wert, die Rente als beitragsbezogene Leistung zu verstehen. Sie ist eben nicht Wohltat des Staates, sondern durch eigenen Beitrag erworbenes Recht. Und daran wollen wir festhalten. Und deswegen ist Beitragsbezogenheit wichtig. Und wenn man auch aus guten Gründen diese Beitragsbezogenheit zugunsten der einen Gruppe und damit ja immer auch zur Nichtbegünstigung anderer verändert, dann muss man dies begründen. Und deswegen haben wir gesagt, die Skanne ist zwar einfach, aber sie ist eben auch ungerecht. Und deswegen muss zielgenau ein Bedarf festgestellt werden. Und ich freue mich, dass Karl-Josef Laumann hier ist. Er war einer der Ersten, der gesagt hat, dabei muss es um den Blick auf die Einkommenssituation gehen. Das steht jetzt in diesem Gesetz. Und das ist ein gutes und starkes Stück christlich-sozialer Anschrift. Meine Damen, meine Herren, ja, Prüfung, Bedarfsfeststellung bedeutet Aufwand. Und schon vor zehn Jahren haben wir von denen, für die das auch Aufwand bedeutet, gehört, sie leisten lieber, als dass sie prüfen. Das ist so. Das ist auch menschlich übrigens verständlich. Aber es ist wichtig, dass wir uns dazu bekennen. Denn unkompliziert, aber ungerecht wäre nicht der bessere Weg. Und wir haben in der ersten Lesung sehr bewusst gesagt, wenn dies diesen Aufwand bedeutet, dann müssen wir auch ins Gesetz selber schreiben, dass dies stufenweise umgesetzt werden kann. Dann wollen wir Transparenz. Wer jetzt dann als Neurentenzugang im Sommer des nächsten Jahres und wer aus dem Rentenbestand, über 20 Millionen Renten, die geprüft werden müssen, im Hinblick automatisiert auf einen Anspruch auf Grundrente, dass dies bis Ende des Jahres 2022 Zeit braucht. Das ist beschlossen worden, steht im Gesetz. Ich glaube, solche Transparenz ist wichtig. Lassen Sie mich etwas zu den Finanzfragen sagen. Ja, natürlich. Meine Damen, meine Herren, da wird ja maßlos in verschiedenste Richtungen sehr wurschtig mit umgegangen. Wir einen sagen so, jetzt herrscht Corona, da kann man sich das alles nicht mehr leisten. Nicht sehr überzeugend, dass wir das an den kleinsten Rentnern sozusagen dann auslassen. Aber ich sage umgekehrt, es ist auch nicht zu überzeugen, wenn man sagt, jetzt geben wir so viel Geld für Corona aus, was fällt, euch nachzufragen, woher wir das Geld nehmen für die Grundrente. Ich hätte mir gewünscht, der Finanzminister hätte nicht nur markig von der Seite kommentiert, die Debatte, sondern kraftvoll geliefert. Da wird nachzulegen sein. Aber weil das jetzt nicht auf dem Tisch liegt, dafür brauchen wir nicht die Rentnerinnen und Rentner zu Leidtragenden, sondern das wird im Rahmen des Haushaltsaufstellungsverfahren nachzuliefern sein. Und wichtig ist, es ist keine beitragserhöhende Leistung aus dem Beitragstopf, sondern es wird über den Bundeshaushalt finanziert werden. Und da sage ich sehr offen, wir reden über 1,3 Milliarden. Die einen reden die Leistungen klein, die anderen reden die Belastungen riesig groß. Die AfD kann gleich beides. Also es ist ja viel zu wenig, aber viel zu teuer. Und die Erde ist eine Scheibe. Okay. Aber das ist verantwortbar. Es ist zielgenau. Und deswegen werden wir das uns leisten können. Wir haben einen Bundeszuschuss insgesamt in die Rentenversicherung von ungefähr 100 Milliarden. Übrigens über die letzten Jahre, auch das sei bei manchem Alarmismus gesagt, im Anteil am Bruttoinlandsprodukt ziemlich eben. Und da werden wir 1,3 Milliarden Euro uns leisten können. Und wir werden das solide darstellen. Und ich halte das für richtig. Jetzt haben wir in den letzten Tagen noch einmal gehört, es bedarf mehr, um gegen Altersarmut vorzugehen. Das stimmt. Es ist ein wichtiger Baustein, so wie die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wichtiger Baustein ist, damit nicht erzwungene Teilzeitarbeit, unfreiwillige Teilzeitarbeit gerade von Frauen in Altersarmut endet. Deswegen haben wir im ersten Rentenpaket die Erwerbsminderungsrente verbessert. Und deswegen gehen wir noch in diesem Jahr das Thema Selbstständige und Altersvorsorgepflicht an, weil alles zusammen ein Baustein dafür ist, unseren Sozialstaat mit Maß und Mitte so auszubauen, dass Menschen, die dringend eine Verbesserung im Alter brauchen, sie auch bekommen. Wir freuen uns und stimmen gerne dieser Grundrente zu. Auch die FDP hat hier einen Antrag eingereicht, in dem fordert die Fraktion eine Basisrente. Und für die FDP spricht jetzt Johannes Vogel, der rentenpolitische Sprecher seiner Fraktion. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will zum Beginn meiner Rede noch einmal daran erinnern, mit welchem Ziel die Koalition bei diesem Thema gestartet ist. Und auch wenn Hubertus Heil gerade kurz abstimmen ist, zitiere ich den Bundesarbeitsminister in seinem allerersten Interview zum Thema in der Welt am Sonntag. Sehr viele Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, landen im Alter in der Grundsicherung. Das will ich ändern. Deshalb will ich die Grundrente einführen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ich bekenne, ganz deutlich und sage ganz ausdrücklich, dieses Ziel teilen wir, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, man kann es nicht oft genug sagen. Schauen wir doch mal, was konkret bei ihrer Grundrente passiert. Eine alleinerziehende Altenpflegerin, die vielleicht 32 Jahre und 11 Monate Versicherungszeiten hat und vielleicht im Alter zu wenig Geld hat. Bei ihrem Modell kein Cent mehr als die Grundsicherung. Eine Friseurmeisterin, die vielleicht 20 Jahre ein Unternehmen betrieben hat, Menschen Arbeit gegeben hat, dann noch 20 Jahre angestellt war, weil das Unternehmen vielleicht gescheitert ist, die auch aus welchen Gründen auch immer im Alter wenig Geld hat. Bei ihrem Modell kein Cent mehr als die Grundsicherung. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, man muss sich das mal buchstäblich vor Augen führen. Von den hunderttausenden Menschen, die Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung haben und trotzdem in der Grundsicherung landen, gehen drei Viertel bei ihrer Grundrente leer aus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auf der anderen Seite kann man sich mal vor Augen führen, von denjenigen, die bei Ihnen Grundrente bekommen, sind über 90 Prozent gar nicht in der Grundsicherung. Das geht gleich doppelt daneben, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ist krass ungenau. Diese Grundrente hilft zu wenig gegen Altersarmut. Und das ist das Kernproblem bei ihrem Modell, was Sie heute hier zur Abstimmung stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Prof. Georg Krämer, der ehemalige Generalsekretär der Caritas, der fasst es in der Sachverständigenanhörung wie folgt zusammen. Was mich stört, ist einfach, dass bei dem jetzigen Modell die Armen leer ausgehen. Und trotzdem peitschen Sie dieses Modell heute durch den Bundestag, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Das kann es wirklich nicht sein, wenn es um Altersarmut geht. Und gleichzeitig schaffen Sie ja ganz viele neue Ungerechtigkeiten. Sie brechen mit dem Grundsatz unserer Rentenversicherung, dass die Auszahlungen von den Einzahlungen abhängen. Sie stellen Wohngemeinschaften bei der Grundrente besser als Ehepaare. Wer eine kleine Riester-Rente hat, der bekommt keine Grundrente. Wer eine identisch hohe kleine Lebensversicherung hat, der bekommt Grundrente und so weiter und so fort. Diese Ungerechtigkeiten sind so krass, dass Franz Ruhland, langjähriges SPD-Mitglied, langjähriger Chef der Rentenversicherung, die sogar für verfassungswidrig hält, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist doch kein überzeugendes Modell, was Sie heute vorlegen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Sie ignorieren die eindringlichen Warnungen der Rentenversicherung, die nicht nur sagen, das Modell ist so kompliziert, wir können im ersten Jahr nicht mal Grundrente auszahlen an die meisten Bürgerinnen und Bürger, sondern die zum Beispiel auch darauf hinweisen, dass dauerhaft die Grundrente Verwaltungskosten von 13 Prozent der Gesamtausgaben hat. Um das mal zu vergleichen, private Rentenversicherung 1,5 Prozent Verwaltungskosten, die Rentenversicherung bei allen anderen Leistungen 1,2 Prozent Verwaltungskosten. Sie legen hier allen Ernstes ein Modell vor, was das Zehnfache an Verwaltungskosten nur für die Implementation und für die Auszahlung verschlingt. Das ist doch kein überzeugendes Modell, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Keine Zielgenauigkeit, kein Bruch mit dem Äquivalenzprinzip, komplett verzögerte Auszahlung. Ich könnte weitermachen. Kommen Ihnen diese Kritikpunkte bekannt vor? Ich wurde gerade schon zugerufen. Das habe ich in der ersten Lesung schon gesagt. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das ist das Problem. Seit der ersten Lesung hat sich dieses Modell um keinen Deut verbessert. Wir hatten eine Expertenanhörung, die viel für alle langjährigen Parlamentarier, kann man das beurteilen, nun wirklich außergewöhnlich kritisch außen. Was haben Sie an der Grundrente verändert? Nichts. Das ist kein gutes Regierungshandeln, lieber Bundesminister Heil. Und das ist nicht überzeugend. Leider bleibt es aber auch nicht bei Ihrer sozialpolitischen Irrfahrt. Nein, auch finanzpolitisch ist das nicht überzeugend. Guckt man in die mittelfristige Finanzplanung, findet sich zur Grundrente nichts. Das Ziel, was gegen Altersarmut zu tun, das ist wirklich wichtig. Aber eine solide Finanzierung können wir schon erwarten. Denn es geht hier nicht um einmalige Krisenmaßnahmen, sondern es geht um eine jahrzehntelange Ausgabe in der Rentenversicherung. Sie selber haben gesagt, Sie brauchen dafür zusätzliche Einnahmen. Sie wollten eine neue Steuer einführen. Diese Schneuer gibt es nun nicht. Jetzt haben Sie weder Steuereinnahmen noch eine solide Finanzierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland ist auch deshalb so gut durch diese Krise gekommen und ist jetzt unzweifelhaft handlungsfähig, weil wir in guten Zeiten auf die Finanzen geachtet haben. Deshalb müssen wir auch auf solide Rentenfinanzen achten. Was Sie hier machen, ist das Gegenteil. Und das ist nicht überzeugend, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Und Alexander Dobrindt von der CSU, der sagt das ja auch ganz offen. Ich zitiere letztmalig, der SPD sollte nicht die Gelegenheit gegeben werden, mit einem Rententhema die Sommermonate zu bespielen, kündigte er an. Das sei der strategische Hintergrund, das Thema Grundrente diese Woche abzuschließen, trotz offener Finanzierungsfragen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, Machtpolitik ist Teil von Politik. Machtpolitik darf aber nicht der einzige Teil von Politik sein, vor allem dann nicht, wenn etwas leidet, nämlich ein gutes Modell für die Menschen, die Unterstützung brauchen. So geht es nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition. Und es ginge besser. Wir haben Ihnen schon vor Monaten, da steht auch heute zur Abstimmung, ein Alternativkonzept vorgelegt. Bei unserer liberalen Basisrente, da hat jede und jeder, die gearbeitet, eingezahlt, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, im Alter sicher mehr als die Grundsicherung. Das Modell ist fair, zielgenau und finanzierbar. Und lieber Kollege Matthias Birkwald, zur Frage, was kommt da raus? Ich gratuliere ebenfalls herzlich Susanne Holtkotte heute zum Geburtstag. Hubertus Heid und ich haben sie gemeinsam ganz am Anfang der Debatte über dieses Thema an einer Talkshow kennengelernt. Menschen wie Susanne Holtkotte haben bei der liberalen Basisrente mehr am Ende in der Tasche als bei ihrer Grundrente, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und gleichzeitig muss niemand im Alter aufs Sozialamt gehen, weil das bei der Rentenversicherung ausgezahlt wird. Das ist ein überzeugendes Modell gegen Altersarmut. Das sehen nicht nur wir so. Das hat der Arbeits- und Sozialministerdialog des Bundesrates so gesehen. Das vertritt der ehemalige Caritas-Generalsekretär so. Deutschland braucht dringend eine gute Grundrente. Ihre Grundrente ist das nicht. Es ginge besser. Und deshalb stimmen Sie nachher der liberalen Basisrente zu. Vielen Dank. Das fordert Johannes Vogel, der rentenpolitische Sprecher. Ich habe es schon angekündigt, von der Linksfraktion gibt es insgesamt acht Änderungs- und einen Entschließungsantrag zum Gesetzentwurf. Und für Die Linke spricht jetzt gleich Matthias Birkwald, der rentenpolitische Sprecher seiner Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Die Kölner Band BAP hatte in den 70er-Jahren einen Song, in dem es hieß Besser hätte ich statt geloste, dann wäre alles nicht passiert. Also, besser hätte ich das gelassen, dann wäre alles nicht passiert. In den vergangenen 25 Jahren gab es für die unteren 40 Prozent der Einkommensbeziehenden keine nennenswerten realen Lohnerhöhungen. Ein großer Niedriglohnsektor wurde aufgebaut und das Rentenniveau von 53 Prozent auf 48 Prozent gekürzt. Deshalb hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung festgestellt, dass Durchschnittsverdienende im Jahr 2000 23,2 Jahre arbeiten mussten für eine Rente auf dem Grundsicherungsniveau und es im Jahr 2018 bereits 27,4 Jahre waren. Und darum gilt als erstes, die Gewerkschaften zu stärken, die allgemeinverbindliche Erklärung von Löhnen zu erleichtern und jetzt sofort den gesetzlichen Mindestlohn auf mindestens 12 Euro anzuheben. Und darum gilt es zweitens, das Rentenniveau schrittweise wieder von 48 Prozent auf 53 Prozent anzuheben. Da lag es im Jahr 2000. Und darum fordert die Linke drittens, nach österreichischem Vorbild, eine echte einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Mindestrente von derzeit 1.050 Euro netto zuzüglich Wohngeld in Orten mit hohen Mieten einzuführen. Mit einem Vermögensfreibetrag von knapp 69.000 Euro, Johannes Vogel, statt der heutigen 5.000 Euro. Und vor allem mit der Zusicherung, im Alter nicht nach Jahrzehnten aus dem vielleicht vorhandenen eigenen Häuschen geschmissen zu werden. Das alles wäre ein gutes Konzept gegen Altersarmut. Es wäre gerecht, bezahlbar und wirkungsvoll. Und es ist dringend notwendig. Denn die sogenannte Grundrente ist keine. Die gibt es in den Niederlanden, wo alle Alleinstehenden im Rentenalter 1.255 Euro netto erhalten, wenn sie 50 Jahre dort lebten. Das ist Grundrente. Sehr geehrter Herr Minister Hubertus Heil, Chapeau, dass Sie Ihre sogenannte Grundrente gegen den erbitterten Widerstand des Wirtschaftsflügels der Union heute in die abschließende Lesung des Bundestages eingebracht haben. Alle Ihre Amtsvorgängerinnen haben sich an der Bekämpfung der Altersarmut in den vergangenen elf Jahren die Zähne ausgebissen. Insofern Glückwunsch. 1,3 Millionen Friseurinnen, Paketzusteller und hoffentlich auch viele Schauspieler und Künstlerinnen und andere werden nun endlich im Durchschnitt 75 Euro Rente mehr erhalten. Viele nur 10 bis 40 Euro, manche aber auch bis zu 405 Euro. Das ist gut. Aber es hätten 3 Millionen sein können. Das haben CDU und CSU verhindert. Und das ist sehr schlecht. Aber es ist gut, dass überwiegend Frauen und besonders Menschen im Osten von der sogenannten Grundrente profitieren werden. Und dafür klatscht auch Die Linke. Es ist ebenfalls gut, dass Sie Freibeträge in der Grundsicherung im Alter und beim Wohngeld für Rentnerinnen und Rentner einführen. Aber es ist schlecht, dass das nur für Rentner und Rentnerinnen mit mehr als 33 Versicherungsjahren gilt. Die Gewerkschaften und die Sozialverbände laufen dagegen Sturm. Den Freibetrag für Betriebsrenten und für die Riester-Rente gibt es in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ab null Jahren. Das muss auch für die gesetzliche Rente gelten. Ich fordere Sie auf. Streichen Sie diese Hürde aus dem Gesetz. Stimmen Sie unserem Änderungsantrag zu. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich sage es so, wie es ist. Hätten Sie den Referentenentwurf aus dem Arbeitsministerium vom Mai 2019 heute eingebracht, hätte Die Linke zugestimmt. Trotz einiger Kritik. Dem heutigen Gesetzentwurf können wir nicht zustimmen. Denn die Union hat aus einem ersten sehr guten Gesetzentwurf nach einem Jahr Sperrfeuer und übelster Blockade ein bürokratisches Monstrum gemacht. Die Union hat die Hürden für die Kassiererinnen unerträglich hochgeschraubt. Die Union hat die vorgesehenen Leistungen gekürzt und bessere Renten bei Kurzarbeit und bei Arbeitslosigkeit wieder aus dem Gesetz gestrichen. Bei CDU und CSU heißen die Fraktionsvorsitzenden offenbar soziale Kälte und sozialer Geiz statt Brinkhaus und Dobrindt. Die Union hat dafür gesorgt, dass die Folgen viel zu niedriger Löhne nicht bekämpft werden, sondern dass sie weiter direkt in die Altersarmut führen. Das ist armenfeindlich, rentnerfeindlich und völlig inakzeptabel. Das wird viele Rentnerinnen und Rentner frustrieren. Sie werden frustriert sein, weil ihnen der Titel Grundrente etwas Falsches verspricht. Viele werden frustriert sein, weil sie die 33 Beitragsjahre nicht schaffen, zum Beispiel wegen eines Jahres Arbeitslosigkeit. Viele werden frustriert sein, wenn sie 30 Jahre sehr wenig verdient haben, aber fünf Jahre vielleicht nur weniger als 30 Prozent des Durchschnittslohnes. Auf Druck der Union erfolgt der Zuschlag nämlich erst für Monatslöhne ab 1.014 Euro. Und ausgerechnet für Menschen mit 700, 800 oder 900 Euro Monatslohn soll ihre sogenannte Grundrente keinen Cent Zuschlag bringen. Das ist vollkommen inakzeptabel. Dazu kommt, viele Menschen werden frustriert sein, wenn sie im Rentenbescheid sehen werden, dass der versprochene Zuschlag erst gewährt und dann völlig willkürlich um 12,5 Prozent gekürzt wird. Das trifft die mit den kleinen Renten besonders hart. Und die Union schwadroniert hier vom Äquivalenzprinzip. Dabei geht es hier um die Anerkennung von Lebensleistung und einen Beitrag gegen Altersarmut. Und ich fordere Sie auf, streichen Sie die willkürliche Kürzung um 12,5 Prozent. Viele Betroffene werden frustriert sein, wenn ihnen der Zuschlag im einen Jahr zusteht und im nächsten Jahr nicht, weil vielleicht ein Ehepartner einen Minijob annimmt und dann das Paar über die Einkommensprüfung stolpert. Eine haarsträubend komplizierte Einkommensprüfung bei einer durchschnittlichen Leistung von 75 Euro ist bestämend. Streichen Sie die Einkommensprüfung. Zu all diesen Unverschämtheiten der Union haben wir hier Änderungen, Streichungen und Verbesserungen eingebracht. Nehmen Sie diese an, dann würden auch Zeiten des Mutterschutzes, Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderung und Arbeitslosigkeit berücksichtigt. Dann würden 25 Jahre als Voraussetzung und nicht 33 Jahre reichen und es gäbe den Zuschlag nicht nur für 35 Jahre, sondern auch für 40 oder 45 Jahre. Dann würde aus einem schlechten Grundrentengesetz wieder ein guter Rentenzuschlag für Niedrigverdienende und dann würde auch die Linke zustimmen. So werden wir uns enthalten müssen. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache darauf aufmerksam, dass wir die Zeit zur namentlichen Abstimmung etwas verlängert haben, sodass Kollegen, die aus dem Untersuchungsausschuss hier rüberkommen, das noch wahrnehmen können. Um 14.10 Uhr werde ich aber die Abstimmung beenden. Das Wort hat der Kollege Markus Kurth für die Fraktion Bündnis. Petra Pau hat das hier angekündigt und ich schätze, sie hat sich versprochen, ich schätze, sie meint, dass um 13.10 Uhr die Abstimmung zum AfD-Entschließungsantrag beendet wird. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, mich beschleicht, nachdem ich die Reden von Hubertus Heil und Hermann Gröhe gehört habe, tatsächlich ein mulmiges Gefühl. Weil ich glaube, wir sind hier bei den Ankündigungen und Versprechen und bei dem Pathos, was auch hier in den Reden liegt, dabei, massenhaft Enttäuschung zu stiften. In der Zukunft. Weil viele, viele Menschen, die nach ihren Worten von Anerkennung, von Lebensleistung, Alltagshelden, die Erwartung und das Gefühl haben, dass sie diese Grundrente erhalten werden, und sie erhalten sie nicht. Frau Holtkotter, auch von mir herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sie haben noch 18 Jahre vor sich und ich hoffe sehr, dass Sie nicht arbeitslos werden längere Zeit. Denn Arbeitslosigkeitszeiten zählen nicht als Wartezeiten für die Grundrente. Und Menschen, die längere Zeit arbeitslos waren, können noch so sehr Alltagsheldin oder Alltagsheld gewesen sein. Sie werden die Grundrente nicht erhalten. Und das Gleiche gilt für Personen, die längere Zeit erwerbsgeminderte Zeiten haben. Ja, das ist sowieso schon ein Schicksal, was ziemlich schwer wiegt, wenn man eine Erwerbsminderung hat. Aber dann steht am Ende auch kein Zugang zur Grundrente. Und das finde ich ausgesprochen fatal. An der Stelle kann ich, ich wollte das eigentlich erst später im Text tun, wirklich sofort auf das Modell der grünen Garantierente verweisen, das nämlich alle Zeiten, Versicherungszeiten als Anerkennungszeiten vorsieht. Dann hätte Frau Holtkotte, auch wenn das Schicksal, wie gesagt, ich hoffe es wirklich nicht, sie trifft, Zugang zu einer Rentenleistung von rund 1.000 Euro. Und bei der grünen Garantierente reichen auch 30 Jahre aus an Versicherungszeiten und man braucht nicht 35 Jahre. Wir haben in einem Gutachten, das für uns das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung für die Fraktion gemacht hat, das wird auch demnächst noch mal veröffentlicht, das durchrechnen lassen. Und mit dem Modell der grünen Garantierente würde der Grundsicherungsbezug auf Null, auf Null, nahezu Null gehen. Das heißt, in Verbindung mit einer Bürgerversicherung oder erwerbstätigen Versicherung, mit einer Versicherungspflicht, würden wir das Problem des Grundsicherungsbezugs im Alter an der Wurzel packen und rausziehen. Aber leider bin ich auch noch nicht fertig, Frau Holtkotte. Es gibt noch einen anderen Punkt, den Sie auf jeden Fall, auch wenn Sie jetzt durchgehend bis zum Rentnereintritt beschäftigt sein werden, berücksichtigen sollten. Denn auch wenn Sie durchgehend bis zum Eintritt ins Alter arbeiten, werden Sie erst mal die Grundrente nicht bekommen von Herrn Heil, die 1030. Natürlich nicht. Erst zwei Jahre später. Deswegen erspart es, rechtzeitig auf die Seite packen oder dem Kind geben zur treuhänderischen Verwahrung. Denn, so hat der Gutachter Frank Nullmayr ja ganz klar festgestellt, der Gesetzentwurf verfehlt gerade im Moment des Entstehens des Bedarfes die Berechnung des Bedarfes. Doch, Sie müssen nicht mit dem Kopf schütteln, lieber Hubertus Heil, weil Sie nämlich die automatisierte Auszahlung unbedingt wollten und nicht eine Antragsleistung geschaffen haben, wo dann die Rentenversicherung prüfend eintreten muss, wird das ja automatisiert mit dem Steuerbescheid gemacht. Und die Steuern des vorvergangenen Jahres, wenn die Steuererklärung dann endgültig abgegeben ist, das ist die Grundlage dann für die automatisierte Auszahlung. Und Frank Nullmayr sagt, man kann eine Zahlung, die im Moment der Zahlung einen Bedarf decken soll, nicht auf Daten gründen, die deutlich vor dem Zeitpunkt der Zahlung liegen. Also, das ist doch eigentlich ganz einfach zu verstehen. Dazu muss man doch jetzt nicht irgendwie sonst wie Experte sein. Das ist eigentlich sozialpolitische Logik, ist das. Und das, glaube ich, ist einer der Punkte, das ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen, muss ich gestehen, am Anfang dieses Gesetzentwurfes. Das ist einer der Punkte, die ja regelmäßig und wiederkehrend für Enttäuschung sorgen werden. Das wird ja häufig eigentlich auch hunderttausendfach immer der Fall sein, wenn man vom Erwerbsleben in die Rente eintritt, weil ja das Erwerbseinkommen höher ist als die Rente. Und das ist ein struktureller Webfehler, der, glaube ich, uns noch viel, viel Ärger in der Zukunft machen wird. Und der, fürchte ich, auch der Rentenversicherung auf die Füße fallen wird. Sie hätten sich für eine reine klare Regelung im Rentenrecht wie mit der grünen Garantierente entscheiden sollen. In der Mythologie, in der antiken Mythologie ist das Mischwesen, ein Zentaur, Halbpferd, Halbmensch, ein interessantes Wesen. In der Wirklichkeit sind Mischwesen ja eher bedauernswerte, gequälte Kreaturen. Und darum, nach unseren bioethischen Maßstäben ist es ja auch verboten, Mischwesen zu schaffen oder zu klonen. Was Sie aber hier mit der Grundrente getan haben, ist, ein sozialpolitisches Mischwesen zu kreieren, das auch, würde ich mal sagen, wenn es ein Gefühl hätte, schwer leiden würde. Sie haben eine Mischung aus Rentenversicherungen, einem veränderten Wohngeldanspruch und dann aus der Grundsicherung im Alter geschaffen, mit den kompliziertesten Mechanismen, die der Kollege Matthias Birkwald ja eben auch alle noch mal beschrieben hat, des Hochwertens, Runterrechnens. Das ist alles sozusagen aus Ihrer politischen Konfliktarithmetik heraus erklärbar. Für viele Menschen in diesem Land überhaupt nicht nachzuvollziehen und enttäuschungsstiftend. Und darum, noch mal, stimmen Sie unserem Entschließungsantrag zu. Und wenn wir die Gelegenheit haben, werden wir diese Grundrente weiterentwickeln, reformieren zur Garantierente. Danke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt 13.10 Uhr. Ich frage, gibt es noch Mitglieder des Hauses, die ihre Stimme zur zweiten namentlichen Abstimmung nicht abgegeben haben? Hier geht es um den Entschließungsantrag der AfD-Fraktion zum zweiten Nachtrag zum Bundeshaushaltsplan. Und wir können mal schauen, dass noch Schriftführerinnen und Schriftführer aus allen Oppositionsfraktionen bei der Auszählung vermisst werden. Ich bitte also, dass alle Oppositionsfraktionen noch dafür sorgen, dass die Auszählung dann nach dem nächsten Redebeitrag, wenn ich die Abstimmung geschlossen habe, auch tatsächlich stattfinden kann. Also, Petra Pau hat die Abstimmung noch einmal verlängert. Drei Minuten haben die Abgeordneten noch Zeit, um hier abzustimmen. Denn so lange hat Katja Mast Redezeit. Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Holzkotten! Sie kriegen natürlich gleich Grundrente, weil Sie nämlich nicht 1.250 Euro monatlich zu versteuerndes Einkommen haben. Und deshalb würden Sie sie gleich bekommen, um das gleich mal hier aufzuräumen an erster Stelle, was mein Kollege gerade eben dargestellt hat. Und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag. Wir brauchen Frauen wie Sie, die für Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft kämpfen. Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag, denn es geht darum, Lebensleistung anzuerkennen und die Bundesrepublik Deutschland ein Stück gerechter zu machen. Die Grundrente kommt und wird heute im Deutschen Bundestag beschlossen. Es sind vor allen Dingen Frauen wie Frau Holzkotten, die davon profitieren werden. Und die Bürgerinnen und Mitbürger in den östlichen Bundesländern, weil sie alle zu kleinem Einkommen jeden Tag gearbeitet haben. Und genau ihre Lebensleistung zu honorieren, dafür gibt es diese Grundrente. Und die Grundrente kommt jetzt und war und ist beim besten Willen keine Selbstverständlichkeit. Sie war zehn Jahre auf der politischen Agenda. Heute wird sie im Deutschen Bundestag beschlossen. Und wir haben zehn Jahre als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dafür gekämpft. Und unser Bundessozialminister Hubertus Heil, ich will ihm dafür danken, für seine Hartnäckigkeit bei diesem Thema, für sein kluges Agieren mit uns gemeinsam, seinem gesamten Haus. Das ist eine Kraftanstrengung, was da stattgefunden hat. Ich will mich auch bedanken bei einer super engagierten parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Kriese bei diesem Thema. Und ich will mich auch bedanken bei unserem Koalitionspartner, bei Hermann Gröhe, meinem Kollegen als stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, bei der gesamten Arbeitsgruppe, auch bei meiner Arbeitsgruppe. Ich sage mal, ihr habt das Ganze kritisch konstruktiv begleitet. Wir waren hartnäckig konstruktiv. Und das war dann am Schluss eine gute Mischung für die Grundrente und für die Menschen in diesem Land. Die Grundrente ist deshalb wichtig, weil sie verspricht, Arbeit lohnt sich. Sie gibt zweitens Respekt vor Lebensleistung. Und drittens ist sie Wertschätzung für die stillen Heldinnen und Helden des Alltags, für die Pflegehilfskraft, die Kassiererinnen im Supermarkt, den Einräumer im Supermarkt, den Paketboden, den Lagerarbeiter. Sie verdienen dieses Engagement. Sie verdienen, dass wir uns hier so reinkneiden. Ich freue mich darüber, dass meine Kolleginnen und Kollegen von der Union auf den fahrenden Zug heute aufspringen und wir die ganzen Hürden ausräumen könnten. Denn das gemeinsame Ziel, ja eine Demokratie macht der Kompromiss aus, aber die Widerstände war schon sehr hartnäckig von euch, deshalb sage ich das auch so klar. Und unser Ziel als SPD, unser Ziel als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist, den Sozialstaat zu stärken, auch in Zeiten der Corona-Pandemie und der Krise und den Sozialstaat zum Partner der Bürgerinnen und Bürger zu machen. Und dabei kommen wir heute ein großes Stück weiter. Vielen Dank. Da gab es doch Verhaltenes Lachen in der CDU-CSU-Fraktion. Als Katja Mast hier sich gefreut hat, dass man auf den Zug aufgesprungen sei. Für die CDU-CSU spricht nun auch der nächste Abgeordnete. Entschuldigung, Herr Stracke, warten Sie noch einen Moment. Ich muss noch die namentliche Abstimmung schließen. Ich gehe jetzt davon aus, dass kein Kollege mehr im Hause ist, der keine Gelegenheit hatte, an der Abstimmung teilzunehmen. Das ist der Fall. Also, die Westlobby ist ziemlich leer und damit schließt Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau hier auch die Abstimmung. Die Urnen, können Sie gleich sehen, werden jetzt geschlossen und zum Zählen in einen Nebenraum gebracht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Leistung muss sich lohnen. Das ist unser sozialpolitischer Anspruch als Union. Und den verwirklichen wir ja auch mit der vorliegenden Grundrente. Wir wollen, dass diejenigen, die viele Jahre gearbeitet haben, aber wenig verdient haben, im Alter deutlich mehr Geld in der Tasche haben. Und wir wollen Familienarbeit honorieren, davon profitieren, ganz überwiegend Frauen, denn Sie sind es, die Kinder erziehen, die pflegen. Und deswegen kommt die Grundrente. Und mit dieser Grundrente stärken wir auch das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit. Wir stärken es in der Rente und in der Grundsicherung. 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten einen Zuschlag auf ihre Rente von bis zu rund 420 Euro pro Monat. Das ist gut. Gut für Frauen, weil sie häufig in Teilzeit arbeiten. Gut für die Menschen im Osten. Aber auch beispielsweise gut für Spätaussiedler, weil der Zuschlag nicht gedeckelt wird, entsprechend des Fremdrentenrechtes. Das ist insgesamt gut. Und wir führen in der Grundsicherung einen neuen Freibetrag ein von bis zu 216 Euro pro Monat. Dort wird die Rente anrechnungsfrei gestellt. Und damit gehen auch zwei ganz klare Signale einher. Es lohnt sich, einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachzugehen. Und wir stärken damit die Akzeptanz in der Rentenversicherung. Und es lohnt sich auch vorzusorgen für das Alter. Und zwar in allen Säulen unserer Alterssicherung. In der Rente, in der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge. Leistung und Eigenversorgung. Vorsorge lohnen sich. In der Rente und in der Grundsicherung. Das ist die zentrale Botschaft dieses Grundrentengesetzes. Eine sehr verehrten Damen und Herren, wir verknüpfen das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit mit dem der Bedarfsgerechtigkeit. Wir helfen dort, wo es notwendig ist. Und das ist genau das Gegenteil von Gießkanne. Und da unterscheiden wir uns auch bei den Ansätzen der Opposition, gerade der Linken und der Grünen, die bei der Gießkanne festhalten. Und bei der FDP oder AfD, die die Menschen in der Grundsicherung ausschließlich belassen wollen. Und Gießkanne, das ist der Unterschied. Gießkanne ist immer ungerecht, weil sie milliardenschwere Mitnahmeeffekte produziert. Gerade bei denjenigen, die weitere Einkünfte haben oder wo der Ehepartner beispielsweise entsprechend Einkommen verfügt. Und beide, die gut abgesichert sind. Und weil Gießkanne ungerecht ist, ist sie deswegen auch immer teuer. Und es gibt aber auch immer einen Schutz vor Überforderung. Einen Schutz vor Überforderung der Steuerzahler und Beitragszahler. Und das ist auch ein Prinzip und Teil der Leistungsgerechtigkeit. Und deswegen lehnen wir die Gießkanne ab. Sie ist ungerecht und sie ist unfinanzierbar. Und deswegen setzen wir auf eine Einkommensprüfung. Maßstab dabei ist das zu versteuernde Einkommen. Eine Einkommensanrechnung ist dabei nicht neu. Wir kennen das vom Mitwinrecht. Da wird das auch nicht infrage gestellt. Und ja, es ist richtig, das führt zu einem hohen Aufwand. Aber dieser Aufwand entsteht innerhalb der Verwaltung und nicht bei den Menschen. Für die Menschen ist das, was wir gemacht haben, Bürokratiearm. Kein Antrag, keiner muss aufs Amt gehen. Und entscheidend ist, wir lassen die Daten rennen und nicht die Menschen. Das ist unser Ansatz in diesem Bereich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, durch die Bedarfsprüfung ist die Grundrente auch finanzierbar. 1,4 Milliarden Euro im Einführungsjahr, deutlich weniger als die 5 Milliarden Euro im Ursprungsmodell. Die Grundrente ist zielgenau, sie ist finanzierbar und sie wird aus Steuermitteln finanziert. Einen Griff in die Sozialkassen haben wir verhindert. Der Vorschlag des Finanzministers war, letztendlich diese notwendigen Steuermittel durch die Finanztransaktionssteuernhöhe von 1 Milliarde Euro zu organisieren und 400 Millionen Euro aus Eigenmitteln des Haushaltes des Bundesarbeitsministers. Aus diesen Worten sind keine Taten gefolgt. Diese Schwäche darf nun allerdings nicht zulasten der Rentnerinnen und Rentner gehen. Und deswegen geben wir ein Signal der Sicherheit. Das haben die Rentnerinnen und Rentner verdient. Und gerade ein Signal der Sicherheit jetzt, innerhalb der schwersten Rezession seit der Nachkriegsgeschichte, das ist notwendig, auch zur Stärkung des gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in diesem Lande. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Grundrente ist ein Modell und ein Baustein zur Stärkung der Rentnerinnen und Rentner und zur Vermeidung von Altersarmut sicherlich nicht ausschließlich. Deswegen haben wir auch die Erwerbsminderungsrenten beispielsweise erhöht. Wir haben die Mütterrente eingeführt. Wir haben für Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge gesorgt. Und wir werden jetzt auch die Altersvorsorgepflicht von Selbstständigen stärken. Das zeigt, Rentenpolitik ist immer ein Dauerlauf, kein Sprint. Und deswegen können wir uns heute freuen über diesen Gesetz und morgen wieder an die Arbeit gehen für die Menschen in Deutschland, für ein zukunftsfähiges und gutes Alterssicherungssystem in Deutschland. 1,4 Milliarden Euro wird diese Grundrente im Einstiegsjahr 2021 kosten, so schätzt es der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Gleich wird hier drüber abgestimmt, aber noch gibt es einige Redner. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, aller guten Dinge sind drei. Zwei Koalitionen haben sich an diesem Thema schon vergeblich versucht. Die dritte schafft es. Deshalb ist in der Tat heute ein guter Tag. Die Grundrente ist ein sozialpolitischer Meilenstein, vergleichbar mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Diese Grundrente für Menschen, die lange gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt haben, wird endlich in die Tat umgesetzt. Lange genug hat es gedauert, und wir haben es gehört und auch noch mal gespürt hier, in der Koalition hat es mächtig geknirscht. Aber es gibt Situationen, da muss man einfach die Nerven behalten, wenn man auf dem richtigen Weg ist. Und es hat sich gelobt. Denn für die Grundrente muss man eben keinen Antrag stellen. Es gibt keine Vermögensprüfung wie in der Grundsicherung. Es gibt eben keine Fürsorgeleistung, erst recht kein Almosen, sondern ein eigener, erworbener Anspruch. Und das ist eben auch der Unterschied zu dem Konzept der FDP. Es ist keine Grundsicherung plus. Deshalb ist der FDP-Begriff Basisrente reiner Etikettenschwinden. Was auf dem Tisch liegt, ist ein Kompromiss. Klar, bei aller Kritik im Detail, es ist ein intelligenter und kein fauler Kompromiss. Das ist ein Zitat von Ulrich Schneider, dem Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, der nicht dafür bekannt ist, überschwängliches Lob für diese große Koalition zu. Zugegeben, man hätte sich einfachere Lösungen vorstellen können. Aber mit der Komplexität müssen sich die Rentnerinnen und Rentner glücklicherweise nicht auseinandersetzen. Wenn Sie in Rente gehen, wird im Hintergrund ohne Antrag geprüft, ob Sie für die Grundrente in Frage kommen. Dann gibt es einen Abgleich mit den Finanzbehörden, und dann gibt es ein Ergebnis. Fertig. Und so gilt das auch für den Bestand. Jeder hat mitbekommen, es war ein langer Weg bis zu dieser dritten Lesung. Man kann Kritik üben an dem, was auf dem Tisch liegt, völlig klar. Aber ich frage mich schon, ob alle wissen, was Sie so in die Welt twittern. Auf der einen Seite gegen die Grundrente wettern und vor ein paar Jahren genauso gegen den Mindestlohn. Das ist schon schräg. Vorhin ist die Band BAP genannt worden, und da fällt mir ein Refrain ein. Wahnsinn, das darf doch nicht wahr sein. Denn niedrige Löhne sind in erster Linie der Grund für eine niedrige Rente. Und wer niedrige Renten verhindern will, der muss deshalb für anständige Löhne kämpfen. Aber mit der Logik ist das ja manchmal so eine Sache. Damit das hier nicht ganz untergeht, im Geleitzug der Grundrente wird die betriebliche Altersvorsorgung gerade für Beschäftigte mit geringem Einkommen noch einmal deutlich verbessert. Auch darüber entscheiden wir heute, und das ist gut so. Warme Worte haben Menschen, die hart arbeiten und wenig Lohn bekommen, in den vergangenen Monaten auch hier reichlich bekommen. Sie wollen Taten sehen. Wir liefern heute. Vielen Dank. Ralf Kaptak hier zur Einführung der Grundrente hat sie verglichen von der Bedeutung her mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns. Jetzt spricht Antje Lezius für die Unionsfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Leider habe ich jetzt kein Popcorn-Zitat. Nach langen Verhandlungen beschließen wir heute eine deutliche Aufwertung niedriger Renten. Wer mindestens 33 Jahre gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt, aber nur unterdurchschnittlich Verdienste erzielt hat, profitiert ab dem 1. Januar 2021 von höheren Leistungen im Ruhestand. Das ist ein wichtiger Durchbruch und, ich kann Ralf Kapschak zustimmen, ein guter Tag. Für bis zu 1,3 Millionen Anspruchsberechtigte, darunter viele Frauen und Menschen in Ostdeutschland. Diese Grundrente ist eben keine Fürsorgeleistung, sondern eine Fortentwicklung der Rente nach Mindestentgeltpunkten. Durch die neu festgelegten Voraussetzungen werden geringe Verdienste ab 33 Jahren Grundrentenzeiten künftig stärker aufgewertet. Ab 35 Jahren erfolgt die volle Anhebung. Sie kann im Einzelfall eine Verdoppelung der tatsächlichen Beitragszahlen bedeuten. Diese Aufwertung erfolgt jedoch nicht bedingungslos, sondern wie von CDU und CSU gefordert, wenn das Gesamteinkommen niedrig ist. Dabei wird auch das Einkommen des Partners berücksichtigt. Das ist richtig und gerecht. Was ist außer dem Inhalt des Gesetzes? Die neu geschaffenen Freibeträge. Zukünftig profitieren diejenigen, die mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten zurückgelegt haben, von einem Freibetrag. In der Grundsicherung und einem Freibetrag beim Wohngeld. Auch dann, wenn sie neben der Grundrente noch auf Wohngeld und Grundsicherung angewiesen sind. Je nach Rentenhöhe kann dieser Freibetrag bis zu 216 Euro monatlich ausmachen. Darüber hinaus stärken wir die betriebliche Altersversorgung, eine wichtige Säule unseres Rentensystems. Auch Geringverdiener können und sollen hiervon profitieren. Durch das Grundrentengesetz wird der maximale Förderbetrag zur betrieblichen Altersversorgung bei einem Bruttolohn von bis zu 2.200 Euro verdoppelt. Eine gute Nachricht für bis zu 2,1 Millionen Menschen. Für die Verwaltung, das ist schon angesprochen worden, ist diese Umsetzung der Grundrede mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden. Die Grundrente gilt schließlich nicht nur für Neurentner. Auch 26 Millionen Bestandsfälle müssen geprüft werden. Eine große Kraftanstrengung für die Rentenversicherung. Aber wer einem bestehenden und zugegebenermaßen einem sehr komplexen System eine passgenaue und gerechte Lösung hinzufügen will, der muss gerade zu Beginn einige Mühen in Kauf nehmen. Da hilft auch kein großes Klagen. Diesen Arbeitsaufwand nehmen wir auch gerne deswegen in Kauf, damit die Rente zielgenau ist und den Antragsberechtigten möglichst keinen Aufwand entsteht. Die Neuberechnung der Rente, das wurde schon mehrmals erwähnt, erfolgt nämlich ohne Antragstellung. Der Anspruch auf Grundrente soll ab dem nächsten Jahr bestehen. Da bis dahin nicht Millionen von Renten geprüft werden können, wird die Rentenversicherung mit den ältesten Jahrgängen beginnen. Den Grundrentenberechtigten entstehen hierdurch insofern kein Nachteil, weil sie die zusätzlichen Leistungen rückwirkend ausgezahlt bekommen. Sehr geehrte Damen und Herren, haben wir mit dem Koalitionspartner hart um eine Lösung gerungen? Ja. Ja. Stellt das Ergebnis einen Kompromiss dar? Natürlich. Dass die vom Bundesfinanz- und vom Bundesarbeitsminister zugesagte Finanzierung nicht eingehalten wird, ist für mich enttäuschend. Aber der hier vorliegende Gesetzentwurf ist ein Kompromiss, der über eine Million Menschen in Zukunft besser dastehen lässt. Der zeigt, dass sich die Beiträge in die Rentenkasse lohnen und dass wir als Gesellschaft wertschätzen, wenn Kindererzogen und Pflegebedürftigen geholfen wird. Aus diesem Grund werde ich dem Gesetz zustimmen. Vielen Dank. Ich gebe Ihnen das Ergebnis, das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelt wurde in der namentlichen Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der AfD bekannt. Abgegebene Stimmkarten 670. Mit Ja stimmten 87 Abgeordnete. Mit Nein haben 580 Abgeordnete gestimmt und es gab drei Enthaltungen. Der Entschließungsantrag ist abgelehnt. In dem Antrag hatte die AfD unter anderem gefordert, alle allgemeinen Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens zu beenden, die momentan wegen der Corona-Krise bestehen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, um bei Blab-Bab zu bleiben, verdammt lang her. Verdammt lang her ist, dass sich dieses Parlament entschieden hat, für eine Zielgruppe, die lange gearbeitet hat und wenig verdient hat, etwas in der Rente zu tun. Und verdammt lang her, zehn Jahre haben Leute Erwartungen gehabt auf eine solche Rente und sind enttäuscht worden. Und heute ist Geburtstag. Heute ist Geburtstag der Grundrente in Deutschland ein guter Tag. Und die Grundrente ist ein gutes Instrument. Sie ist sogar so gut, dass sich weder die Linken noch die Grünen trauen, sie abzulehnen. Da kann es ja so schlimm nicht sein. Und um auch mal sehr deutlich zu sagen, für viele, insbesondere Frauen, die zu ihrer Zeit, in der sie gearbeitet haben, häufig mit wenig Lohn und häufig nur in Teilzeit, weil sie eben nicht vorgefunden haben, eine Betreuungsinfrastruktur, wie wir sie heute haben, mit Ganztagskitas, Ganztagsschulen und anderen Möglichkeiten, die sich selber zurückgenommen haben für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Genau für diese Frauen, die diese Vereinbarkeit trotzdem ihr Berufsleben lang organisiert haben, aber das nur in Teilzeit konnten. Diesen Frauen sagen wir heute Danke dafür, dass ihr das gemacht habt. Für euch und viele andere haben wir heute die Grundrente auf den Weg gebracht. Ein richtig guter Tag. Und deswegen freuen wir uns nicht nur, dass wir sie heute einbringen, sondern wir freuen uns, dass es einen Meilenstein gibt. Den hätte es ohne uns nicht gegeben. Deswegen freuen wir uns, dass dies nicht gemacht haben, dies nicht können. Die anderen es erst noch beweisen müssen. Ein guter Tag für diese Regierung, ein guter Tag für Deutschland. Auf in eine gute Grundrente. Das sei heute ein guter Tag. Das hat hier schon der ein oder andere Abgeordnete gesagt. Die Grundrente soll verabschiedet werden. Nächster Redner in der Debatte ist jetzt aus der Unionsfraktion Peter Weiß. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es trennt uns jetzt nur noch meine Rede vor der Abstimmung. Und deshalb noch einmal eine kurze Zusammenfassung, auf was es wirklich ankommt. Gesetzliche Rente, bekanntlich, ist Lohn- und Beitragsbezug. In der Einzahlung der Rentenversicherung erwerben wir uns einen Anspruch, später eine Rente zu bekommen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Rente ist auch Wertschätzung, uns Wertschätzung für fleißiges, lebenslanges Arbeiten. Und diese Wertschätzung wird durch das Grundrente-Gesetz jetzt noch einmal richtig betont und unterstrichen. Weil, wenn jemand vielleicht in seinem Leben nur wenig verdient hat, obwohl auch wenig auf seinem Rentenkonto stehen hat, Kinder erzogen hat, Angehörige gepflegt hat, erleben muss, dass er im Alter eventuell nur das bekommt, was man in der Grundsicherung auch ausbezahlt bekommt, also demjenigen finanziell gleichgestellt wird, den das System überhaupt nie eingezahlt hat, dann ist von Wertschätzung wenig übrig geblieben. Und deswegen ist es richtig, dass wir diesen Zustand beenden. Wer in die Rente eingezahlt hat, der muss auch besser dastehen, wie jemand, der nie in die Rente eingezahlt hat. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, dafür haben wir zwei wichtige Elemente in diesem Gesetz. Element eins, dass niedrige Rentenanwartschaften aufgewertet werden. Aber diese Aufwertung erfolgt natürlich nur dann, wenn ich nicht noch über weiteres ansehnliches Einkommen verfüge. Und deswegen ist es richtig, eine solche sozialpolitische Leistung der Rentenversicherung auch mit einer Einkommensanrechnung zu versehen. Und jetzt muss ich mal sagen, ich verstehe das, was hier an Kritik vorgetragen ist, überhaupt nicht. Entweder wie man Gießkannenprinzip einführen oder man will Einkommen berücksichtigen. Dann muss man das auch prüfen. Das ist in der Tat auch Bürokratie. Es geht nicht, Gerechtigkeit herzustellen ohne Einkommensprüfung. Und ich wette, dass diejenigen, die jetzt die Bürokratie anklagen, wenn wir es andersrum gemacht hätten, das Gießkannenprinzip anklagen würden. Und deswegen ist diese Kritik an diesem Gesetz unehrlich. Das Zweite ist, wenn jemand dann doch auf Grundsicherung im Alter angewiesen wird, räumen wir einen Freibetrag ein. Wer gesetzliche Rente hat, und das Gleiche, wer private Rente hat, angespart hat, oder Betriebsrente hat, dem verrechnen wir nicht alles zu 100 Prozent mit der Grundsicherung, sondern dem lassen wir etwas, und zwar mindestens 100 Euro, maximal 216 Euro im Monat. Und auch das ist Anerkennung und Wertschätzung für fleißiges Arbeiten und ansparen für das Alter. Das wird mit diesem Gesetzentwurf endlich auch für die gesetzliche Rente Realität. Und dann auch die Finanzierung zu regeln. Und der wichtigste Punkt für uns ist, weil es um eine sozialpolitische Leistung geht, die ja eine Rente ist, finanzieren wir das aus Steuermitteln und nicht aus Beitragsmitteln. Das ist eine wichtige Nachricht für alle Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Ja, wir als Parlament, als Staat bekennen uns das. Dafür gibt es zusätzliche Steuermittel. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Herbst diesen Jahres beraten wir den Bundeshaushalt für 2021. Da erwarten wir von Hubertus Heil und von Olaf Scholz, dass im Haushaltsentwurf, das klipp und klar drinsteht, jeder nachlesen kann und jeder mit Handaufheben mitbestimmen kann. Und dann machen wir mit diesem Gesetz, verehrte Kolleginnen und Kollegen, für die Zukunft eine klare Ansage. Denn wir schauen uns doch mal die betriebliche Altersversorgung an. Wir verdoppeln die Geringverdienerförderung für eine rein arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung. Und wir erweitern den Berechtigtenkreis. Bislang galt das nur für ein Einkommen bis zu 2.200 Euro. Künftig sind alle mit dabei, die ein Einkommen bis zu 2.575 Euro haben. Das sind auch irgendwann zwei Millionen Berechtigte mehr. Weil nämlich folgendes, und wir haben miteinander verabredet zusätzlich, dass wir bis Oktober einen Vorschlag des Bundesfinanzministers bekommen, wie wir die sogenannte Riester-Rente, also die private kapitalgedeckte Altersvorsorge, vereinfachen, verschlanken, gängiger machen. Und mit diesen beiden Ansagen machen wir Folgendes. Wir wollen, dass gerade auch die Geringverdiener in unserem Land künftig über eine zusätzliche Altersvorsorge verfügen, dass sie sich die sich aufbauen können, mit entsprechender Förderung und Unterstützung durch den Arbeitgeber wie durch den Staat. Denn unser Zukunftsmodell ist nicht, dass die Deutschen ein Volk von Grundrentenbezieher werden, sondern unsere Zukunftsvision ist, dass auch die Geringverdiener in unserem Land sich eine Altersvorsorge aufbauen können, wo sie weder auf Grundrente noch auf Grundsicherung angewiesen sind. Wir wollen ein Alterseinkommen, von dem man leben kann, und zwar anständig leben kann. Kollege Weiß, die Erläuterungen zu diesem Vorhaben müssen Sie jetzt tatsächlich auf den Herbst verschieben. Sie müssen zum Schluss kommen. Ich wollte meinen Schlusssatz sagen. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, und deshalb ist das ein Gesetzentwurf, der die Rente stärkt, der aber auch für die Zukunft eine klare Ansage macht. Jawohl, wir wollen ein auskömmliches Alterskommen für alle Menschen, die in Deutschland arbeiten. Vielen Dank. Applaus